Ich hätte mir auch echt mehr versprochen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, beziehungsweise in manchen Games war es ja auch cool, aber keine Ahnung. Also, Reaper-Schildkabine, da sind die schon. Hammerfall-Schwerschildkabine. Reaper-Schildkabine und Toilka. Und Toilka, ja. Das Toilka oder welcher? Oculus. Ja. Hast du drauf geachtet, die erste oder die dritte Reaper? Boah. Okay. Ja, zweite Reaper, also dritter Spieler dieser Erz. Ja. Treffer, 200 zu 100. Okay. Papio, liegt auf wehen. Erstmal getroffen, das Ziel. Rechts. Alle, nee, drei Ziele. Vier. Vier, alles klar. Also, die gehen sehr hoch im Südkorn. Aber da ist schon in der Fremscherheerke, ne? Ja. Winterberg, alle. Ja. Sehr gut, vierhundert. Ich hab verzogen. Ah, das bin ich auch. Das bin ich schon. Scheiße. Sehr gut. Sehr gut. 850 auf Bova. Neukerdamne. Bova, 327, gell? 900 auf Bova. Aber den machten wir alle. Die Shotgun jetzt waffnet mich. Ich kriege es aber an der Kapkan. Nochmal kurz, aber die Bova aufziehen. Ich hab keine Waffen mehr. Zu schnell, wie wir mich die Waffen jetzt empfehlen. Ja, ja. Keine Chance. Keine Chance. So, jetzt hab ich die Beide wieder weggeschossen, aber ich hab nur noch zwei Runde. Ich hab nicht verstanden. Ich hab nicht verstanden. Noch Kapkans hatte er. Aber... Nö, ja, ja. Ich weiß nicht, wie wir es besser machen können. Hat er eine Idee? Ich hab den hier gleich wieder auf 1 gekommen. Ich hätte davon überzeugt, wenn ich den 1 Schuss nicht so zerrissen, hätte ich den 1 bis vorher abgenommen. Ach, schaut wieder, was ist denn los hier? Ja, ja. Ich hab den hier drinnen. Ja, ok. Wir haben jetzt wieder mal. Hey. Ja, ja. Wir sind ja gut damit gefahren. wo war tausend 300 und 200 auch sehr ich habe meine riebe ausgeschossen aber der die hammer voll nimmt mehr zu lassen immer vorlängst haben wir sehen aber die waffen raus wo war 800 wo war sie wundert Da blinkt auf jeden Fall alles. Scheiße. Wo war 300 gelb? Wo war 300 gelb? Verdammt schwarz. Wo war 1000? Weg, wo war brennt. Wir haben keine Waffe mehr, oder? Wo war weg? Schön, sehr gut. Ich weiß gar nicht, was wir so viel anders gemacht haben als gerade, außer vielleicht zu treffen. Wie gesagt, wenn ich treffe, dann schieße ich den Grieker aus. Deswegen habe ich den ersten Kuss erzogen. Und dann hast du ja nur noch, du hast ja nur noch einen Schuss dann, und dann sind die ja schon an mir. Also kurz gesagt, du wart schuld. Beim ersten Mal nehme ich das auf mich. Nee, das erste Mal, das Mal konnte ich mich viel länger beteiligen gegen das Teuker. Das erste Mal habe ich mich seitwärts erwischt und habe ich auch verpasst. Dann waren wir beide schuld beim ersten Mal. Nee, das Teuker war so. Ja, gut, dann gehe ich das schon. Zero 550. Ersten Schuss, oh, jetzt kommen sie auch um zwei. Rova 200, 300. Sehr gut, 800, 200. Eine rief er weg. Rova 700, 200. Wo war 550 Gelb und 300 Weiß. Sehr gut, 650. Ja, das sind beide Rieber. Sehr gut, 500 Gelb rennt. Ich hänge in der Zap-Kart. Ja, ich habe mal bei den Zap-Kart geschossen. 300, 300 und fängt in zwei Kapkans. Oh, jetzt ist die Amazon an mir. Hat nur noch eine. 1.000 auf Rova. Und immer noch eine. 1.000 auf Rova. Ich glaube, da hat keiner mehr. Wo war ich wirklich für der Polo auf dem 400? Er sprengt sich an mir. Danke. Das finde ich auch. Noch der ersten.